Und nur so nebenbei, ihr seid fantastisch! Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher. Weil die Welt sich so schnell dreht, du in der Masse und da gehst, bist du ein trockenes Wehner. Du bist der Land, dein Leben lang, du bist das Volk, dein Leben lang, du bist das Volk, dein Leben lang. Du schreibst Geschichten an jedem Tag, mit jedem Wort, bist du die Brust. Du schreibst Geschichten an jedem Tag, mit jedem und hier, bist du ein Teil von mir. Ich bin so ein alter Schandeur, an mir glaubt man das nicht mehr. Aber wenn Johannes euch jetzt sagt, dass ihr die lautesten dieser Tour seid, vielleicht glaubt ihr es dann. Du hast es auf dieser Tour, glaube ich, einmal gesagt, dass du es nicht lauter erlebt hast. Und ich habe es noch nie gesagt. Und ich weiß nicht, Köln. Seien sie die lautesten, denn du schreibst Geschichten, mit jedem Schiff, mit jedem Wort, bist du die Brust. Das ist Geschichten an jedem Tag, mit jedem und hier. Das ist Geschichten an jedem Tag, mit jedem Moment, mit jedem Moment. Und ich weiß nicht, Köln. Und ich weiß nicht, Köln. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war Maxen! Komm, hier sollt's die Lautesten! Weil du nur einmal lebst, willst du, dass ich was will, bevor du gehst? Bevor du gehst? Eins, zwei, drei, vier! Weil du nicht mehr egal, ist ein Leben lang! Du bist das, wo es ist alles legal! Weil du nicht mehr först, wo es ist alles legal! Du bist das, wo es ist alles legal! Du bist das, wo es ist alles legal! modes pathogen? Vielen Dank! Tschüss!